Hallo, ich bin Ming. Ich bin Schauspieler in der Serie Dopp-Haus-Hälfte, die in ZDF näher läuft. In diesem Jahr bin ich Juror beim Kurzfilmwettbewerb ganz schön anders. Das Motto ist überübermorgen. Wenn ihr Hilfe braucht beim Filmemachen, dann bewerbt euch für die kostenlosen Filmworkshops. Ich freue mich auf eure Filme. Bis zum nächsten Mal.